Die Bahnstrecke Jaroma-Lubokka ist eine eingleisige Hauptbahn in Tschechien, welche ursprünglich von der süd-norddeutschen Verbindungsbahn SNDV errichtet und betrieben wurde. Sie beginnt in Jaroma und führt über Truten auf Grenzüberschreiten nach Lubokka in Polen. Geschichte Der erste Abschnitt der Strecke wurde bereits 1859 in Betrieb genommen, um die Steinkohle-Bockwerke bei Schwadowitz an die Eisenbahn anzubinden. Da von Seiten des österreichischen Staates die Fortführung der Strecke bis zur Landesgrenze bei Königshahn erwünscht war, wurde der süd-norddeutschen Verbindungsbahn am 10. August 1865 per Gesetz ein garantiertes jährliches Rheinerträgnis um den Betrag von 252.000 FL. Gewährt am 22. August 1865 erhielt die SNDV schließlich die Konzession zum Bau der Strecke. In der Konzession war die Verpflichtung enthalten, die Strecke binnen drei Jahren dem Verkehr zu übergeben. Nach dem Deutschen Krieg wurde zwischen Preußen und Österreich eine weitreichende Vereinbarung zum Ausbau der Eisenbahnverbindungen zwischen beiden Staaten getroffen. Neben anderen Strecken war in diesem Vertragswerk von 27. August 1866 auch die Einrichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen Schwadowitz und Landeshatt vorgesehen. Am 29. Dezember 1867 wurde der Bau der grenzüberschreitenden Strecke mit einem Staatsvertrag vereinbart. Der Bau der Strecke bis Königshahn konnte trotz des Krieges wie vorgesehen bis August 1868 fertiggestellt werden. Die Fortführung über die Landesgrenze bis Landeshatt wurde im Dezember 1869 in Betrieb genommen. Eröffnungsdaten Josefstadt Schwadowitz 1. Mai 1859 Schwadowitz Königshahn 1. August 1868 Königshahn-Libau 29. Dezember 1869 Nach der Verstaatlichung der SNDV ging die Strecke am 1. Januar 1908 an die K. K. österreichischen Staatsbahnen K. K. St. B. über. Nach dem Ersten Weltkrieg traten an deren Stelle die neu gegründeten tschechoslowakischen Staatsbahnen C. St. D. Nach der Angliederung des Sudetenlandes an Deutschland im Herbst 1938 kam der Abschnitt von Bausnitz bis Lebau zur Deutschen Reichsbahn. Reichsbahn Direktion Breslau Als Grenzbahnhof wurde der Haltepunkt Bausnitz bestimmt. Im Reichskursbuch war die Verbindung unter der Kursbuchstrecke K. B. S. 155 F. Rubank und Merzdorf Landeshatt Königshandtrautenau-Pelzdorf-Hohenebbe Enthalten Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam die Strecke wieder vollständig zur CSD. Die Bedeutung der Strecke für den grenzüberschreitenden Verkehr verringerte sich nunmehr drastisch. Am 1. Januar 1950 wurde der grenzüberschreitende Personenverkehr mangels Bedarfs eingestellt. Der grenzüberschreitende Güterverkehr wurde allerdings noch bis zum 9. Juni 2001 aufrechterhalten. Nach der Samtenenrevolution wurde 1991 auch der Steinkohlebergbau in Maleswatunowice wegen Unrentabilität eingestellt, der bis dahin ein wichtiger Güterkunde gewesen war. Heute liegt die Bedeutung der Strecke eher im Reisezugverkehr. Der Güterverkehr spielt nur mehr eine untergeordnete Rolle. Neue Perspektiven erhielt die grenzüberschreitende Verbindung mit dem EU-Beitritt Polens und Tschechiens am 1. Mai 2004. Am 7. Juni 2007 wurde der Güterverkehr über die Staatsgrenze offiziell wieder aufgenommen. Am 14. Dezember 2008 wurde auch der planmäßige Reisezugverkehr nach Polen durch die tschechische Eisenbahngesellschaft Viamont in der Relation Trutnoff-Jelenjagora wieder aufgenommen. Vorerst verkehren Züge allerdings nur an den Wochenenden im Sommer. Zugverkehr Heute wird die Strecke von einer im Zwei-Stunden-Takt-Verkehr-Enten-Schnell- bzw. Eilzug-Verbindung Radekralow-Jelenjagora bedient. Einige der Züge werden von und nach Prag durchgebunden. Nahverkehrszüge verkehren auf den Relationen Jaroma-Trutnoff und Trutnoff-Jelenjagora. Zwischen Trutnoff-Purizzi und dem polnischen Lubokka findet nur noch am Wochenende Reiseverkehr statt. In den Fahrplänen ist die einst durchgängige Verbindung Jaroma-Lubokka heute in zwei verschiedenen Kursbuch-Tabellen zu finden. KBS 032 Jaroma-Trutnoff-KBS 043-Trutnoff-Säckler Fahrzeugeinsatz Die Eilzüge von Radekralow-Wennach-Trutnoff werden heute vor allem mit den modernisierten Triebwagen der CD-Baureihe 854 gefahren. Vor den lokomotiv bespannten Schnellzügen Prag-Trutnoff kommen die leistungsstarken Diesel-Lokomotiven der CD-Baureihe 750 und 754 zum Einsatz. Der Nahverkehr wird ausschließlich mit den bewährten zweiachsigen Triebwagen der CD-Baureihe 810 abgewickelt. Im grenzüberschreitenden Verkehr kommen Triebwagen der Baureihe SA 134 der Prävosi-Regionalen zum Einsatz. Christian Schroeder